Oh, nächste Squadrunde. Machen wir das wieder, ich schlage keine Frauen, nicht? Hi! Ich schlage dich nicht. Hi! Ich schlage dich nicht. Hi! Das sind nur Liebesbekundungen. So. Vom Nordwesten, komm mal rein. Jo. Ich würd gern da hin. Venedig, ne? Ja. Venedig ist ganz cool, ist auch ziemlich mittig. Sollten wir auch irgendwie hinkommen, glaube ich. Hallo Lena Game Girl. Lena Game Girl. Hey! Hey! Und runter. Ja. Ein großes Herz hin, zurück. Und da noch raus? Jo. Haben müssten. Da kommen wir ganz gut hin. Ja. Boah. Muss, muss. Irgendwie. Freien Tag genossen. Und jetzt mal ein bisschen vom Freihaben abschalten. Ruinen sind welche? Ruinen ist ein Squad, ne? Auch drei oder vier. Und wie geht's dir, Lena Game Girl? Da, Mann hier. Halt! Was? Wie weit ist der Sprung? Was ist das? Komm, eine Waffe, wenn es eine Pistole war. Zweier Helm. Auto. Feld. Bei uns? Ich hab noch nichts. Geht weiter. Ja. Ist aber hier irgendwo, Nordwesten-Norden. Okay, Nordwesten-Norden. Ne Vektor, naja gut. Okay, immerhin. Botzen und Damenbrüste sind hier noch auf dem Dach. Und noch in einer Rucksack. Ein Rucksack wäre nicht... Ah, ich hab einen. Ein Zweier. Wagi fährt wieder. Den hör ich sogar nächstes Mal. Na, aber glaub ich, Rostock oder Schuhe. Lena, danke für den Follower. Willkommen im Schlumpfenand. Ich bräuchte noch eine vernünftige Waffe. Was soll ich mit einer Vektor hier? Armbrust. So, Zuschauer haben es alle gehört, ich hab gesagt vernünftige Waffe. Ich hab hier nicht gesagt Armbrust. Ich hab hier was zuvor, aber keine Waffe. Ne, ich hab einen Zweier ohne Vektor. Schau, Klasse. Das ist... War nicht das schönste gerade. Wir haben Kerabiner ohne alles. Das ist auch gut. Ne? Hat was oder? Das hat's, das hat wirklich was. Ach komm. Jeder. Jeder. Huch. Arsch. Ja, Zammkräuser. Das ist das richtige Wort dafür. Ja, zu weit. Was haben wir denn hier? Guck mal, wenigstens eine Sunny Tasche. Wenigstens so ein bisschen, ne? Sammensch... Zammkräuser, ja. Mal mit ganz tiefer Stimme. Warte, Frank. Lena Game Girl? Was? Tiefer. Tiefer? Tiefer? Tiefer. Ich bin erkältet, ich kann heute nicht so tief. Das hört sich toll an. Das ist gut. Voll der Freigentor. Nichts mehr hier wartet überall, ne? Hab nur Scheiße hier. Oh. Ach nix. Ach komm. Wirklich? Lass sie die hier so... Das... Das finde ich gut. Sooo... Jetzt muss ich mal mal... Teil. Nur den Griff dafür. Du kannst gleich einen Zweier oder so haben. Ein Zweier habe ich gerade auch gefunden. Aber das ist natürlich so... Das ist nur ein Plus-Ultra, ne? Ja. Wenn ich... Wenn ich nix finde, kannst du auch meinen Vierer haben. Was hat... Hattest du jetzt ne K, ne? Ja. Ja, dann kannst du denn sowieso meinen Vierer haben. Ich finde hier nix. Gar nix. Du hast mir einen gefallen. Ich tue dir fast jeden gefallen. Nicht jeden, aber fast jeden. Oh, wo seid ihr denn? Da hinten schon Richtung Straße, ne? Ja. Dann komme ich auch dahin. Boah, nix. Nix Gescheites hier. Ich habe noch einen Holo-Kompensator und Vertikalen abzugeben. Ich brauche gerade noch keine Aussätze. Ich habe nur MPs. öfter mal während du spielst einen... anstrengend... Oh, ich wusste... Ähm... Okay... Kann ich... Kann ich... Ähm... Probieren... Ja... Wenn ich dran denke... Ja... Tommi, wo bist du? Äh... Ich bin quasi fast bei euch. Ah, du bist quasi fast bei uns. Ja... Ähm... Ja... Ich streue mich hier auch mal aus. Du bist... Den hier... Dafür nehme ich mir das. Ähm... Minderseuer, Dämpfer... Die Car braucht ja kein Wechselmagazin, ne? Ne, ne... Nur Wagenpolster fehlt noch drin. Naja, das habe ich nicht. Alles cool. Die zwei Kühe nicht verbaut. Ja... Ja... Finde ich jetzt noch was geil... Die Car haben wir... Ja... Ich bräuchte auch mal was Schönes, ja... Ja... Oder machst du mal ja Rucksack oder so... Nicht so oft meine Hände... Okay... Okay... Hier, wir sind in der Zone. So weit, so gut. Ich brauche noch eine vernünftige Waffe. Eigentlich keinen Bock mit einer AMP hier rumzulogen. Welche Richtung? Äh... Weiß ich nicht. Ich geh jetzt gerade nur zu dem kleinen Haus. Da war ich schon mehrestens drin. Ah, toll. Super Tommi! Bitte. Teil, wir sind mittendrinne. Die Frage ist, geht die Zone nach oben oder geht die nach unten weg? Nach unten gehen, geht sie nach oben. Gehen wir nach oben, geht sie nach unten. Ja, genau. So würde es sein. Äh... Ja, oder wir gehen hier vorne im Wasserturm auf den Berg und gucken, ob wir Rorschauk oder sowas pieken können. Ja, lass uns nach Rorschauk gehen. Mein Gott. Es ist doch nur noch Action. Ich brauche auf jeden Fall noch andere Waffen. Funktioniert sonst nicht. Bei mir auf jeden Fall nicht. Gehen wir Rorschauk halt von oben rein. Also hier vorne steht auf jeden Fall der Buggy, der eben an uns dabei gefahren ist. Auf der rechten Seite. Rechte Seite oben, ja. Also werden die Jutes hier eventuell noch irgendwo rumschwirren. Ja, dann gehen wir doch von der linken Seite erstmal drauf. Ja. Wer geht da von rechts zu Odin? Ja. Ne, ich. Links oben bei euch ist alles auf. Haha, super. Ja. Mittig in der Stadt ist auch alles auf. Auto? Ah ne, Flugzeug. 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 Oh, das ist schon komplett durchgeheizt. Ist alles auf. Ah, aber ganz... ganz flotte Leute, ja. Ja, aber anscheinend dann fährt es weiter. Ha, schön. Die haben ja gut gelootet. Na ja, wenigstens erstmal ne... ne vernünftige MPR. Wo schießt er? Aus Norden auf mich glaube ich. Ich weiß aber nicht genau von wo. Aus Norden? Das war bei mir ganz schön close. Was? Ja, ja. Es kam von eurer Seite aus. Ich bin auf der anderen Strafen Seite. Hallo, da ist. Und der Westen geht grad nen Block runter. Ich sehe einen. Nordosten. Am Ende der Stadt. Läuft runter ins Innere der Stadt. Okay, Moki sitzt da oben auch. Ich denke hier auf nen Aussichtspunkt, ja. Ich sehe den noch nicht. Odin ist da auch. Jetzt bin wir noch eingeblendet. Es müssen aber mehrere sein. Wo sind die denn? Näher bei Odin? Ja, Odin ist der nächste da dran. Warte, ich kann es euch marken. Cooler Marker. Ach, da hinten. Ja, am Ende der Stadt halt. Nordosten von mir aus. Wahrscheinlich im Osten. Ja. Ich bin auf 110. Ah, Tommi, ich bring dir ein Schali mit. Okay, ist jetzt auf der Straße, ist auf der Straße. Kreuz die Straße nach Südosten. Okay. Ich hab jetzt Bäume davor. Ich sehe noch keine. Ah, geil. Ja, ist hier grad auch keinen mehr. Wie gesagt, ich hab auch nur einen. Ah, oben, da wo ich eben stand. Oben auf dem Berg ist er jetzt hier bei der Schule quasi. Was? Ah, ja. Wo? Südwest. Aber ich hab wieder nur einen gesehen. Vielleicht das ist ja nur noch einer. Kann ich nicht sehen. Oh, komm, geh da rüber. Mega. Hm, geh mal hoch. Ah, ich seh ihn. Wo? Der ist schon, äh, Südwesten. Der rennt Richtung Wasserstadt auf dem Berg quasi. Okay. Christen von da. Ah, ich seh ihn. Läuft jetzt komplett Südwesten weg runter. Ist auf der anderen Bergseite. Na gut, dann ist der abgehauen. Dann ist er wahrscheinlich nur noch alleine gewesen. Kann nicht mehr sehen. Doch, da ist er. Da rennt einer. Hä? Da rennt einer, der hat noch gar nichts. Der rennt mit Fäusten rum. Okay. Der kommt hier auf Froschhock zu gelaufen. Ah, ja, ich seh's. Ah, ja. Das ist was, was wir hier haben. Ja. Woah, du bist auf der Straße gleich. Ja. Ich seh ihn. Ja, ich seh ihn. Eigentlich bewegen. Ich kann gar nicht treffen. Du bist genau drauf zuhören, glaub ich, oder? Ja. Das ist schlecht, aber. Hier, tot. Gut nichts zu haben. Sofort, ok. getötet na ja doch ein bisschen money hat er grüne wer braucht ist noch viel drin die andere kann es vergessen immerhin war ein kill ne also der drop geht zündig in george im pool runter tommy warte steig mal erst aus kriegst du den hier ja ich komm mit da vorne rechts nordwest riecht ein baum 2,85 renn drüber Richtung 300 Auf der Straße drüben läuft auch noch eine 140 Der ist immer noch am Baum Der von der Straße hat mit Jetzt gehts gar nicht an dem scheiß Baum Kein vom Himmel Na ja das passt schon Ok die schießen auch mit Wo ist denn der jetzt Er ist immer noch am Baum bei mir Hat nen Hit Ist ausgemacht Irgendjemand schießt auf mich Der läuft jetzt Ja ich weiß nicht von wo Ja ich bin ausgenockt Hat nen Hedgelock Ist down Komm nicht holen Ja Wir haben ein Fahrzeug Für ein Auto Oh man Kannst mich nicht hören Oh Scheiße die Fahne oben durch Rochow lang Ja Ich hoffe die Sehungs nicht Warte hier ich habe Erste Hilfe Koffer Hab ich schon hab ich schon Oh doch Oh sie kommen Nein du fährst weg Ja er fährt Ja er fährt Ja Ja der freut sich erstmal Der Shooter ne Ja 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 Ich bin tot Mann Von woanders glaube ich Also der ist hinten beim Auto gewesen Hat Tommy da gelootet Jetzt fährt er mit dem Auto wieder weiter Ich habe noch einen 2er Sucher bei mir drinne Bei mir war er ja nicht Naja Ah ja Wip leider Ja Die beiden Jungs machen das jetzt Los ich werden beschossen aus Westen Dann Bin knockt Oh fuck Ich bin grad ein bisschen still Ja ist gut Ja der hat mich Das war aber jetzt so Ich hab an der Mauer vorbeiziehen können Das ist nur der eine ne Mh Mh Fucken Bastard Boah Ich komm nicht hinter der Leitplanke Der ist halt nicht verketten Der ist halt umgefahren Also konnte ich nur noch probieren zu laufen Naja Der liegt da noch Oder steht da noch Schön Arschloch Der war auch sofort tot So Ja Danke für die loot Jungs Ja Max Dann mach mal das Beste draus Gib mal Das Beste Ja Du musstest ja jetzt den Vierfachscope haben Oben kommt ein Buggy Richtung Norden Der Vierfach war auch bei mir drauf Pass auf nicht dass das irgendwie Dass die dich da gesehen haben Gehört haben besser Und die Scheißzone kommt auch schon Mit Tablet in der senkrechten Jaa Lars So ist chillig Hehehe Hatte noch jemand 5 von Muni von euch? Was? Hatte noch jemand 5 von Muni? Bei mir müsste was drin sein ja In meiner Leicht müssten auch 90 Schuss oder so drin sein Ich bin an der Mauer vorne gestorben Jo Ich hatte an für sich nur die UMP Maschinenpistole, die Muni kannst du vergessen Jaa Mal sei schlafen Hier vorne rechts Vorne rechts Vorne rechts Nicht der Das ist der Gegner Jaa Der hat aber auch genug Muni dabei Jaa Aber was sagt die Zone? Die kommt Die Blühle kommt Joa Was? Ganze Richtung Seestadt wieder Ist natürlich lustig wenn es dann in den Ruinen endet Jaa ich hasse das Ist äh aus entgegen des letzter Richtung? Äh ja Rechts hinter mir Jaa Hätte gerne den Karabiner gesnackt Ich bringe ihn Jaa ein schöner Kar F*** dich Vom besten Gibt's doch nicht Jaa Mann ey Schade 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 Nicht mein Tag heute Ich habe immerhin einen Noob Kill geschafft Oh mein Gott Schade 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 Schade